hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem kanal heute geht es wie ihr sehen könnt um den autofokus von der canon eos er und zwar hat kennen ende august angekündigt dass sie das update für die firma 1.4 ausbringen was den autofokus noch mal enorm pushen soll und wir hier jetzt seht der augen autofokus funktioniert hier wunderbar ich bin jetzt ungefähr 40 zentimeter weg von der kamera sobald ich jetzt aber ein bisschen nach hinten gehe verschwindet der augen autofokus das heißt er funktioniert wirklich nur bei sehr geringen abständen in dem ankündigungs video von canon sieht es ziemlich heftig aus ich verlinke das hier auch mal dann könnt ihr euch das dort noch mal angucken die haben da natürlich große seele wo man das schön anschauen kann ich glaube aber selbst in diesem kleinen wohnzimmer hier kann man das gut zeigen und deshalb updaten wir die kamera jetzt mal von 1.2 auf 1.4 wenn ihr wissen wollt wie das geht darüber habe ich schon ein video gemacht das verlinke ich euch hier einmal kurz und damit fangen wir jetzt mal an los das update ist jetzt fertig machen wir hier einmal wieder die tür zu und testen jetzt einfach mal wie der augen autofokus funktioniert also ich sitze jetzt doppelt so weit weg vorhin zum vergleich saß ich hier damit der augen autofokus funktioniert laut den werbevideos von kennen dürfte es nichts ausmachen ob ich jetzt bis hier nach hinten mit gehe ich hoffe man sieht es gut auf dem display so hat man einfach mal ein vergleich jetzt zwischen den beiden varianten für mich ist es extrem wichtig dass die augen fokus sind beziehungsweise dass ich im fokus bin rein von der schärfe des bildes jetzt ich mache meine videos in der regel alleine das heißt wenn du dann irgendwie fünf minuten was erzählst und merkst dann am ende verdammt irgendwas anderes fokussiert das ist immer ein großes problem und mit dem firmware update von 12 wurde das schon ein bisschen besser wie habt ihr gesehen der abstand enorm gering und jetzt scheint es so als könnte man das wirklich komplett verwenden also auch wenn man weiter weg steht von der kamera und das macht natürlich einen riesen unterschied ich glaube auch beim bilder machen ist es ein cooles ding wenn du wirklich genau auf die augen setzen kannst macht es das ganze doch noch mal ein bisschen einfacher also ich denke hier das sollte jetzt mit dem neuen update kein problem mehr sein von der entfernung her tut mir leid dass hier immer so knarzt das ist halt eine altbau wohnung daran kann ich jetzt nichts ändern aber es geht heute ja nicht um den knarzenden boden sondern um den augenfokus wenn wir jetzt mal die drei affen nach spielen gucken wir mal ob er meine augen noch fangen kann dann gehe ich einmal aus dem raum raus und kommen dann wieder in den raum hinein und jetzt gucken wir mal wie lange er braucht beziehungsweise ob er die augen wieder in den fokus bekommt und ich glaube das soll es dann auch gewesen sein für das update vielen dank fürs zuschauen ich hoffe euch hat das video gefallen ich persönlich glaubt dass das update ein riesen mehrwert für die kamera ist und ich finde es grandios dass das jetzt nicht irgendwie mit der nächsten canon er ist er kommt sondern dass hier wirklich durch firma updates noch was verändert verbessert wird und zwar nicht zu gering also das ist für mich ist das major update und ich glaube viele die die kamera haben freuen sich darüber wenn ihr sonst noch fragen zur canon eos er hat schreibt mir einfach in die kommentare wenn euch das video geholfen hat lasst mir einen daumen nach oben da und wenn ihr mehr solche technik videos sehen wollt könnt ihr mir gerne ein abo da lassen ich war in der letzten zeit etwas inaktiv weil ich einfach viel arbeiten musste geburtstag gefeiert habe und einfach viel los war aber ich hoffe dass ich jetzt wieder regelmäßig uploaden kann normalerweise ein bis zwei mal die woche und deshalb freue ich mich über jeden der mit dabei ist und bis zum nächsten mal ciao